Liebe Leute, das hier ist ein Infovideo und zwar über Spiele, die ich vielleicht in einem 24 Stunden 2 Stream mache oder 24 Stunden 2.0 Stream, den hatte ich mal damals angefangen, damals ist gut, das war glaube ich im April habe ich das glaube ich angefangen oder im März, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall war ich da krank dann. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ne komm, machste den später. Ich hatte erst gedacht, vielleicht einen Monat später, vielleicht zwei Monate später, jetzt sind es schon vier Monate später und da habe ich mir gedacht, komm, es kann nicht sein, dass es am Wochenende wieder so ist, dass du dann wieder so richtig krass krank wirst. Das letzte Mal, wo ich richtig krass krank war, war genau an diesem Tag, vor vier Monaten. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es nicht so der Fall ist, dass wir bald den 24 Stunden 2 Stream machen können und ich zeige euch jetzt mal die Spiele, die ich hier drin habe. Äh, die verdeckt auch schön ein Spiel, nice. Ähm, und zwar ist Epix natürlich dabei, das wird eines der längsten Spiele werden. Battlefield 5 wird diesmal nicht so lang werden, wie beim ersten Stream, weil, ähm, ja, Battlefield 5 macht zwar Bock, aber irgendwie, irgendwann ist halt der Reiz raus, finde ich. Ähm, bei Epix irgendwie nicht. Black Ops 4 werde ich testen, da kann ich nicht versprechen, dass ich bei Black Ops 4 irgendwie, oh, dieses Klacken, ne, das ist ein bisschen nervig, dass ich bei Black Ops 4 irgendwie sage, jo, ähm, das bleibt drin, ne. Es gibt noch ein Spiel, was ich auf jeden Fall vielleicht zeigen würde, das, äh, dazu komme ich aber gleich. Ähm, Black Ops 3, ähm, das habe ich eigentlich gerade bei Black Ops 4 gesagt, bin ich doof. Also Black Ops 4 werde ich wahrscheinlich Black Ops spielen, nicht Multiplayer, mal gucken. Das wollte ich eigentlich nur sagen, aber an sich will ich es eigentlich gar nicht spielen. Black Ops 3 will ich auch nicht spielen, aber ich habe es mal mit drin, weil es sehr, sehr frustend ist und mich sehr zur Rage bringt. Vielleicht bringt mich das wieder ein bisschen wacher, ne, wenn ich dann schon so um die, pff, 20 Stunden durch habe und dann Black Ops 3 anmache und vielleicht werde ich dann abgefuckt, dann bin ich vielleicht wieder wach. Ähm, Crash genauso mit, äh, Alive Season und, ähm, na gucken, wie lange die diesmal geht. Ich werde jetzt auch übrigens nicht sagen, jo, das Spiel spiele ich jetzt eine Stunde, das Spiel spiele ich zwei Stunden. Wir machen es einfach mal so Pi mal Daumen, ne, dass alle Spiele mal rankommen, dass man dann nicht nach acht Stunden sieht, oh, ich habe jetzt so acht Stunden Epics gespielt, huch, das jetzt natürlich nicht, aber, ne, Pi mal Daumen ungefähr. Gamspo Sport wollte ich eigentlich gar nicht mit reinnehmen, aber ich habe mir gedacht, komm, mach es doch mal, weil, vielleicht wird es ja ganz witzig in einem Stream. Ich habe es mal, ich habe es mal einmal gestreamt, war okay, mal gucken, vielleicht, äh, bringt das mich wieder ein bisschen rein. Warum ihr übrigens hier kein Crash-CTR seht, also, ähm, Crash-Team-Racing, ganz einfach, ähm, ich habe momentan gar keine Lust auf das Spiel. Ich habe es echt zu überspielt. Und, ja, deswegen seht ihr das jetzt hier nicht. Neo, habe ich mal wieder Bock auf, in Souls-Like, ähm, Live-Season natürlich. Ich könnte es auch zu Sekiro machen, aber ich habe Sekiro noch nicht mal durch, weil die Playstation einfach zu laut ist und da macht es keinen Spaß, Sekiro zu spielen. PUBG wird auf jeden Fall rankommen, weil ich echt gerade richtig Bock auf das Spiel habe. Das macht richtig Spaß tatsächlich. Hätte ich gar nicht erwartet. Das wird auch eines der längeren Projekte, genauso wie Epix und auch wie Rainbow. Die drei Spiele sind auf jeden Fall die längsten Spiele, kann ich auf, kann ich mit Sicherheit sagen. Ähm, Rainbow Royale habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Mal gucken, was sich da getan hat. Vielleicht kommt das ja dann auch wieder mal ein paar Folgen. Momentan keine Lust auf nur Battle Royale, aber Epix und PUBG sind halt so für mich, die, die Spaß machen. So, und nein, ihr seht hier auch kein Fortnite, ihr seht schon richtig, weil Fortnite, äh, ist nicht gut. Deswegen, ne, ich mag Fortnite nicht mehr. Das war Kaliber 6, habe ich Bock gegen Julia zu spielen, wenn sie da auch Zeit hat. Falls nicht, dann werde ich das versuchen online zu spielen. Und falls das dann nicht klappt, dann gibt es halt noch ein anderes Spiel. So, WW2, habe ich auch mega Bock drauf. Da habe ich tatsächlich Bock drauf, das COD, aber da geht auch meine Playstation so krass ab, ne. Aber es ist auf jeden Fall eine Auswahl mit drin. Und welches Spiel ich jetzt auch in der Auswahl habe, aber nicht hier drinnen, weil ich nicht weiß, ob mein Kumpel Zeit dafür hat, wäre For Honor. Macht uns gerade auch wieder relativ viel Spaß. Wir gehen zwar nur einen Modus, irgendwie habe ich das Gefühl. Und warum habe ich da gar keine Trophäe? Das ist ja jetzt erst, hey, what the hell, egal. Mal gucken. Das ist halt so ein kleiner Platzhirsch, falls irgendein Spiel gerade gar keinen Spaß macht, wie vielleicht sogar Black Ops 4 oder so. Mal gucken. Dann kann man auch For Honor spielen. Gut, das war es eigentlich. Das war das, was ich sagen wollte. Es gibt ein 24 Stunden Stream 2.0. Dieses Mal wird er auch hoffentlich durchgezogen. Ich hoffe, ich werde nicht diesmal krank. Das war letztens sehr, sehr ärgerlich. Und falls Anfragen kommen, wie darf ich mitspielen? Leider diesmal nicht. Ich werde Epics nur mit meinen Freunden spielen oder dann halt auch alleine. Battlefield will ich eigentlich nur alleine spielen. Black Ops 4 mit Freunden und alleine. Black Ops 3 nur alleine, weil ich glaube, das hat sowieso keiner aus meiner Liste, der jetzt auch Bock auf Black Ops hat. Ich habe auch keinen Bock drauf. Das alleine, alleine, alleine. PUBG auch alleine tatsächlich. Rainbow Six nicht alleine. Das will ich mit meinen Freunden spielen. Realm Royale mal gucken. Und Zorkalibur und WW2 auch alleine. Also es sind wenige Spiele, wo ich wirklich mit jemandem zusammen dann, wenn dann nur mit meinen engsten Friends. Deswegen braucht ihr gar nicht fragen, ob ihr da und da mitspielen könnt. Das wird dann leider nichts. Aber ihr könnt natürlich beim Streamen dabei sein. Ist ja klar. Ihr seid natürlich der Hauptgrund, warum ich streame. Und vielleicht wird es ja so lustig wie letztens bei Epics, als ich das letzte Mal gestreamt habe. Vielleicht sind da tatsächlich welche dabei, die auch wieder aus der Bundeswehr kommen. War ganz witzig, das Gespräch. Haut rein. Bis zum 24 Stunden Stream. Keine Ahnung, wann er kommt übrigens. Das ist jetzt nur eine Planung von den Spielen schon mal. Aber ich habe gedacht, nächstes Wochenende vielleicht. Vielleicht sogar schon morgen. Muss mal gucken, wer wann wie wohl Zeit hat. Vielleicht kommt ihr da noch ein, zwei Spiele mit reingerutscht. Wie gesagt, das ist nur eine grobe Zusammenfassung, dass was kommt. Und eine Anmerkung. Haut rein und tschüss.